Ich habe lange gar nicht gemerkt, dass ich schon mitten in der Geburt bin, weil ich so tiefenentspannt war. Ich hatte sehr intensive Empfindungen, aber null Schmerz. Die Geburt ist ein ganz natürlicher Verlauf, optimiert über Jahrmillionen dafür, dass dieses Baby gesund zur Welt kommt. Giving birth the way you want to is a human rights issue. Birth culture in the institution gets too much like an assembly line in a factory. Wir wissen noch gar nicht, was uns da sonst noch alles blüht, was Langzeitwirkungen angeht von Interventionen. Also ich dachte halt so, geil, weh, endlich kann ich mal hier, das ist doch die Geburt halt, ne? Ja, und die wollten das halt abstellen. Ein CDG hatte ich angelegt bekommen, ein Dauer-CDG. Ich war auf dem Stuhl gesessen, konnte mich nicht mehr bewegen. Da habe ich richtig gemerkt, mir kriegt die Angst den Nacken hoch. Bei uns und auch in Deutschland zum Teil wird die Geburtshilfe enorm mit Ängsten überfrachtet. Und das macht sehr, sehr viele Komplikationen. Insgesamt muss jeder Eingriff in die Geburtsdynamik immer kritisch hinterfragt werden. Und dann der Schichtwechsel. Dann haben wir ein bisschen getanzt, dann haben wir ein bisschen Musik gehört. Dann ist das Kind von ganz alleine gekommen. Wir konnten den Moment total genießen. Wir müssen die Mütter wirklich wieder ins Zentrum der Gesellschaft stellen und so gut für sie sorgen, dass ihr Kind die bestmöglichsten Potenziale hat, wenn wir eine gesunde Gesellschaft wollen. und so gut für sie sorgen, dass ihr Kind die bestmöglichsten Potenziale hat. und so gut für sie sorgen, dass ihr Kind wurde auch von ihnen studiert. Und so gut für sie sorgen, dass ihr Kind die Auff proponiert. Und so gut für sie sorgen, dass ihr Kind die Gäste nachgedacht.